Die tunesische Fußball-Nationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des nordafrikanischen Staates Tunesien und untersteht der Federation Tunisien d. Football. Tunesien nahm viermal an Weltmeisterschaften teil und qualifizierte sich 13-mal für die Entrunden der Afrika-Meisterschaft, die 2004 erstmals gewonnen wurden. 2005 nahm Tunesien am Konföderationen-Pokal in Deutschland teil. Geschichte Zwischen 1928 und 1950 bestritten tunesische Mannschaften mehrere Spiele gegen die französische B-Mannschaft und andere französische Teams. Nach der Unabhängigkeit Tunesiens im Jahr 1956 folgten weitere Spiele, die aber von der FIFA noch nicht anerkannt wurden. Das erste von der FIFA anerkannte Spiel fand am 8. März 1959 gegen Malta statt und endete 0 zu 0. Fußball-Weltmeisterschaft 2006. In der Qualifikation zur Fußball-WM 2006 hatte die Mannschaft des französischen Trainers Roger Lemery die erste Runde überstanden und traf ihn hin. Und rückspielen in der zweiten Runde in Gruppe 5 auf Marokko. Kenia, Guinea, Malawi und Botswana. Trotz eines 2 zu 2 gegen das Team von Marokko am 8. Oktober 2005 schaffte Tunesien den Gruppensieg und fuhr als fünfte afrikanische Mannschaft neben den Teams von Togo, Ghana, der Elfenbeinküste und Angola zur Weltmeisterschaft nach Deutschland. Nach einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien sowie zwei Niederlagen gegen Spanien und die Ukraine schied die Mannschaft als Gruppendritter in der Vorrunde aus Aktuelles Ab Anfang Juni 2008 wurden die Adler von Carthago vom Portugiesen Humberto Coelho betreut, welcher schon die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ins Halbfinale der Euro 2000 führte, wo er auf seinen Vorgänger und damaligen Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft Roger Lemery traf. Er erhielt einen Dreijahresvertrag. Nach dem Scheitern in der Qualifikation zur WM 2010 trennten sich beide Parteien allerdings wieder. In den folgenden vier Jahren gab es vier verschiedene Trainer, bevor der Niederländer Ruud Kohl im September 2013 das Amt übernahm. Nur ein Jahr später endete seine Zeit in Tunesien und von März 2014 bis Juni 2015 betreute der Belgier Georges Legens die Mannschaft. Turniere Hauptartikel Erst für die WM 1978 und danach wieder 1998, 2002 und 2006 konnte sich Tunesien für die Endrunde qualifizieren, scheiterte aber immer in der Vorrunde. Siehe auch Afrikanische Nationenmeisterschaft 2009 Nicht qualifiziert 2011 Nationenmeister 2014 Nicht qualifiziert 2016 Viertelfinale Titel Afrikameister-Sieger Finalist 1965-1996 Arabischer Nationen-Pokalsieger 1963 Afrikanische Nationenmeisterschaft-Sieger 2011 Spiele gegen deutschsprachige Mannschaften Bisher gab es keine Partie gegen Lichtenstein Aktueller Kader Der angegebene Kader umfasst die Nationalspieler, die für die Afrikameisterschaft 2015 nominiert wurden. Rekordspieler Weitere ehemalige bekannte Spieler Lassad Abdelhi spielte für Almania Aachen. Jaffa M. Nari bestritt 88 Spiele für den 1. FC Nürnberg Ali Boumiel bei der Weltmeisterschaft 2006 der älteste Torwart. Jose Clayton Eingebürgerter Brasilianer Midi Benzlemane spielte in Deutschland bei Gladbach und Freiburg. Ehemalige Trainer Seit 1956 wurde die tunesische Fußball-Nationalmannschaft von 28 unterschiedlichen Trainern in insgesamt 33 Trainerperioden betreut. Erste Person auf diesem Posten war der Tunesier Rachi Turki. Bereits 1960 folgte mit Milan Krizrik der erste ausländische Trainer. Bis heute wurde die Mannschaft von 15 ausländischen Fußballlehrern betreut. Einziger Deutscher in diesem Amt war Eckhard Krautzen, der 2001 kurzzeitig die Geschicke der Mannschaft betreute. Mit sechs Jahren am Stück ist der Franzose Roger Lemire Rekordhalter auf dieser Position. Die Tunesier Jus Esaoui und Amur Hissim stand in zwei Amtszeiten dem tunesischen Verband zur Verfügung. Einzige Ausländer, die das Team öfters als einmal betreuten, waren der Kroate Rado Radozic sowie der Pole Antoni Pejnitschek. Siehe auch Tunesische Fußball-Nationalmannschaft Tunesische Fußball-Nationalmannschaft